Path of Exile 2 ist ein Hack-and-Slay-Action-RPG von Grinding Gear Games und wahrscheinlich der größte Konkurrent zu den Diablo-Spielen. Zu Beginn wollte Path of Exile 2 eigentlich nur ein sehr großes Update für Path of Exile 1 werden, allerdings wurde dieses Update immer größer und umfangreicher, sodass im Endeffekt ein eigenständiges Spiel daraus wurde. Welche Features das Spiel mitbringt, was sich zum ersten Teil alles geändert hat, was neu ist und was euch insgesamt in diesem Game erwartet, erfahrt ihr heute im Video mit aktualisierten Informationen. Disclaimer muss ich natürlich auch noch kurz raushauen, es kann sich weiterhin alles am Spiel ändern, das heißt vielleicht haben sich auch Dinge schon geändert, auch während dem Early Access sind Änderungen zu erwarten. Beginnen wir aber erst einmal mit den wichtigsten Basics. Die Early Access Kosten belaufen sich auf 27,75 Euro und das Schöne ist, dass ihr diesen Wert auch als Währung zurückbekommt für den In-Game-Shop, wo ihr Cosmetics oder zum Beispiel Thronplätze kaufen könnt. Die Dauer vom Early Access wird auf etwa 6 Monate geschätzt und er startet am 6. Dezember um wahrscheinlich 20 Uhr. Zum vollen Release von Path of Exile 2, irgendwann wahrscheinlich in 2025, kostet das Spiel dann aber 0 Euro. Falls ihr also gar nichts investieren wollt, müsst ihr halt eben bis zum 2025 irgendwann warten. Oder aber ihr könnt den Early Access über Steam ausprobieren und wenn ihr nicht mehr als 2 Stunden spielt, einen Refund beantragen. Da das Spiel im Endeffekt Free-to-Play sein wird, erfolgt die Monetarisierung über Cosmetics und Lagerplatz und solche kosmetischen Effekte im In-Game-Shop. Path of Exile 2 wird auf den Plattformen PC, also Steam und Epic Games, sowie PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. Wenn ich es richtig gesehen habe, kostet der Early Access von Path of Exile 2 bei Epic Games ein bisschen weniger, aber Achtung, soweit ich auch gesehen habe, habt ihr dort keine Refund-Option bis zu 2 Stunden. Das Spiel bringt Cross-Play und Cross-Progression mit, sowie einen Zweispieler-Couch-Koop. Ebenfalls fantastische Infos sind, dass die Mikrotransaktionen, die du vielleicht schon in Path of Exile 1 gekauft hast, auch in den zweiten Teil übernommen werden. Und das wird auch in Zukunft so sein, falls du in Path of Exile 1 etwas im In-Game-Shop kaufst, wirst du das, was du da gekauft hast, auch in Path of Exile 2 bekommen. Laut der offiziellen Steam-Seite bringt Path of Exile 2 deutschen Text mit, also Untertitel und das Interface ist auf Deutsch übersetzt. Die Vertonung vom Spiel wird aber zumindest vorerst nur auf Englisch vorhanden sein. Zu Plänen einer deutschen Vertonung ist mir momentan nichts bekannt. Im zweiten Teil dieses Videos kommen wir auf die Änderungen von Path of Exile 1 zu Path of Exile 2 zu sprechen. Was hat sich also alles getan? Wir bekommen natürlich, wie ihr schon gesehen habt, ein moderneres Grafik-Update und der Kameraabstand zur Spielfigur ist auch größer als im ersten Teil. Ausrüstungsteile verfügen nicht mehr über Sockel für Edelsteine. Stattdessen hat man ein übersichtliches Menü, wo Fertigkeiten Edelsteine eingesockelt werden können, um dann mit bis zu fünf Unterstützungs-Edelsteinen modifiziert zu werden. Demzufolge sind auch Sockelfarben auf Items verschwunden. Stattdessen erfordern Edelsteine jetzt eine gewisse Punktzahl von einer der drei Attribute, nämlich Stärke, Geschick und Intelligenz. Das ist genau noch so wie im ersten Teil, dass es diese Attribute gibt. Edelsteine werden jetzt als ungeschliffene Edelsteine von Monstern gedroppt und können dann für eine bestimmte Fertigkeit, die du möchtest, geschliffen werden. Das bietet dir deutlich mehr Freiheit, den Skill zu finden und auszuwählen, den du eben gerade haben möchtest und nicht per Zufall oder Glück darauf warten musst, dass irgendwann der und der Fertigkeits-Edelstein droppt. Fertigkeiten sind nun aber auch deutlich häufiger an bestimmte Waffentypen gebunden. Zum Beispiel gibt es manche Fertigkeiten-Edelsteine nur für Bögen und Armenbrüste, also Dinge, die Projektile verschießen oder zum Beispiel gibt es Skills, die nur für ein ausgerüstetes Schild gelten und ohne ausgerüstetes Schild eben nicht anwendbar sind. Das gab es zum Teil schon in Path of Exile 1, wurde jetzt aber laut meinen Infos in Path of Exile 2 noch etwas mehr ausgebaut. Wie schon gesagt, gibt es Unterstützungs-Edelsteine bis zu fünf Stück pro Fertigkeiten-Edelstein. Die muss man sich nach und nach freischalten, diese Slots. Dafür kann man auch Items finden, die diese Slots eben freischalten werden. Und man kann aber einen Unterstützungseffekt von einem Unterstützungs-Edelstein nur mit einer Fertigkeit in seinem Arsenal kombinieren. Man kann das dann wechseln, wenn man es auf einer anderen Fertigkeit lieber drauf haben möchte. Aber wenn man zum Beispiel einen Dreifachschuss-Unterstützungseffekt hat und den auf den Skill X bastelt, dann kann man den nicht nochmal auf Skill Y draufpacken. Sondern man muss sich entscheiden, möchte ich diesen Unterstützungseffekt entweder auf Skill X oder auf Skill Y. Wenn man bei Path of Exile 2 in die Stadt zurückkehrt, muss man seine Tränke kurz an einem Brunnen auffüllen, sofern sie leer sind. Das Auffüllen an sich passiert also nicht mehr automatisch wie bei Path of Exile 1. Bei der neuesten Tokyo Games Show konnte man allerdings beobachten, dass Tränke auch weiterhin durch Monster-Kills und auch über Zeit aufgeladen werden. Es wird aber in Path of Exile 2 nur noch einen Heiltrank und einen Mana-Trank geben. Die verfügen zwar über wahrscheinlich die gleichen Ladungen wie sonst bei den Fünfer-Slots damals, aber es vereinfacht die Steuerung auf den Controller. Fertigkeitenpunkte, die man sich über Fertigkeitenbücher verdient hat, kann man jetzt einmal für seine primäre Waffe und noch einmal für seine Zweitwaffe im Fertigkeitsbaum verteilen, sofern man das möchte, um einfach sein Build noch mehr zu spezialisieren. Wenn du also zwei Waffen hast, deren Effekte du jeweils maximal ausnutzen möchtest, dann kannst du diese Option nutzen, um den passiven Skillbaum entsprechend anzupassen. Apropos Fertigkeitenbaum, da soll es wohl auch keine waffenspezifischen Knoten mehr geben, die sich einfach ganz speziell auf eine Waffe konzentrieren. Das wird genereller sein und es wird keine Plus-Lebenspunkte-Knoten mehr geben. Die Travel Notes, also die ihr einfach auf den Weg braucht, um zu bestimmten Clustern zu kommen, diese Attributsknoten bieten dir jetzt die Wahl, ob du beispielsweise Plus Stärke oder Plus Geschick oder Plus Intelligenz haben möchtest. Das ist nicht mehr in Stein gemeißelt, sondern du kannst selber entscheiden, welche Attribute du pushen willst. Jetzt gehen wir aber zum nächsten Abschnitt, nämlich zu den Neuerungen, die Path of Exile 2 mitbringt. Und zuallererst nennen wir da die WASD-Steuerung, die für alle Klassen möglich sein wird, sofern man das gerne möchte. Des Weiteren gibt es in puncto Movement eine Ausweichrolle und die hat keine Abklingzeit. Allerdings müsst ihr hier bedenken, dass die Ausweichrolle keine sogenannten I-Frames, also keine Unverwundbarkeitszeitspanne gibt. Wenn ihr aus dem AOE wirklichen Schaden vermeiden wollt, müsst ihr rausrollen aus dieser Fläche und nicht nur innerhalb der Fläche zum richtigen Zeitpunkt die Ausweichrolle drücken. Das bringt dann also nichts, sondern man muss tatsächlich dem Schaden ausweichen. Eine spannende Info gilt für die Schildträger unter euch. Aktives Blocken ist zusätzlich zur generellen Blockchance möglich. Die Blockchance ist nicht verschwunden, die kann ebenfalls weiterhin immer auftreten, aber ihr habt die Möglichkeit, frontal eingehenden Schaden aktiv zu blocken, indem ihr den entsprechenden Skill zur richtigen Zeit drückt. Für Fernkämpfer ist es erfreulich, dass ihr während dem Schießen meistens laufen könnt. Und bei manchen Klassen ist es auch noch möglich, diese Laufgeschwindigkeit zu beschleunigen. Das eröffnet deutlich mehr Mobilität und Flexibilität, was das Kämpfen aus der Entfernung angeht. Bevor wir es vergessen, Path of Exile 2 bringt auch sechs neue Klassen mit, die jeweils auch drei Aszendenzklassen haben werden. Bedeutet, summa summarum haben wir 18 neue Klassen, die in Path of Exile 2 mit dabei sein werden. Und die lauten Droide, Krieger, Zauberin, Mönch, Söldner und Jägerin. Die geplanten 100 Bosse in Path of Exile 2 werden einen Reset haben, wenn man versagt und beim Bosskampf stirbt. Man kann allerdings direkt den nächsten Versuch wagen, ohne lange Laufwege auf sich nehmen zu müssen. Ein bisschen verschmerzen kann man das vielleicht mit der Info, dass Monster generell eine Taumelleiste mitbringen werden. Das heißt, man kann sie staggern mit bestimmten Effekten und sie dann zum Beispiel einfrieren oder betäuben. Und das funktioniert auch bei Bossen. Man sollte dennoch nicht unterschätzen, dass man die Bosskämpfe vielleicht doch deutlich mehr lernen muss, als im ersten Teil, wo man durchsterben konnte. Jetzt soll es deutlich klarer telegrafierte Bossfights geben, wo man auch sehen kann, was der Boss machen möchte, wo er angreift, damit man natürlich auch ausweichen kann und eine faire Chance hat, diesen Bosskampf zu lernen und zu überstehen. Als neue Mechanik finden die Geistpunkte in Path of Exile 2 Einzug. Und die sind für die Edelsteinverbesserung verantwortlich. Wenn ihr zum Beispiel Fertigkeiten-Edelsteine habt, die euch eine Skelettarmee bescheren, dann könnt ihr Geistpunkte auf diesen Fertigkeiten-Edelstein verteilen, um die Armee zu vergrößern oder eben wieder zu verkleinern, wenn ihr Geistpunkte wieder davon entfernt. Gleiches gilt für Auren zum Beispiel, um die zu pushen und nicht mehr das Mana belegt zu haben oder reduziert zu haben wie in Teil 1. Da sind jetzt die Geistpunkte vorrätig, um entsprechende Schwerpunkte zu setzen und das natürlich auch technisch gesehen zu balancen. Alles in allem habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen und erkannt. Der Kampf in Path of Exile 2 ist taktischer, vor allem mit Fertigkeiten, Kombos, situativen Entscheidungen und besser dargestellten Angriffsmustern von Feinden. Es geht also auch darum in Teil 2 Fertigkeiten miteinander zu verketten, wo es Sinn macht, um zum Beispiel die Verteidigung zu brechen, um dann mehr Schaden drauf zu machen oder eine sehr starke Fähigkeit mit vielleicht Vorbereitungsfähigkeiten ein bisschen klar zu machen, um den maximalen Schaden rauszuholen. Goldmünzen gibt es jetzt als Währung, die von Monstern fallen gelassen wird. Das haben wir jetzt ja mit der neuesten Liga in Path of Exile 1 mitbekommen. Goldmünzen sind jetzt am Start und in Path of Exile 2 wird es sie auch geben. Diese können genutzt werden, um den passiven Fertigkeitenbaum zurückzusetzen und mit anderen Spielern handeln zu können oder auch Glücksspiel beim Händler zu betreiben. Zum Spielerhandel sei hier noch gesagt, dass alle Items frei zwischen Spielern handelbar sein sollen. Nur Gold lässt sich nicht unter den Spielern handeln. Und last but not least kommen wir auf den Early Access von Path of Exile 2 zu sprechen. Was bringt der mit erst einmal und auf was könnt ihr euch dann auch schon relativ bald im Early Access freuen? Zuerst einmal sind die ersten drei Akte von der Story mit dabei und das soll eine Spielzeit von etwa 25 Stunden mitbringen. Dazu gibt es dann aber bereits sieben Endgame-Systeme, die wir in einem anderen Video bei mir auf dem Kanal auch noch intensiv behandeln. Schaut also gerne dort vorbei oder lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Zum Start vom Early Access haben wir auch sechs spielbare Klassen mit jeweils zwei von drei Aszendenzen mit dabei. Die Klassen lauten Krieger, Zauberin, Waldläuferin, Mönch, Söldner und Hexe. Es wurde bereits geteasert, dass wir während dem Early Access auch weitere Klassen hinzubekommen werden und nicht erst zum offiziellen Release. Und wir wissen auch bereits, welche beiden Klassen als nächstes folgen werden, nämlich der Droide und die Jägerin. Für jede bereits spielbare Klasse gibt es mindestens 20 Skills, also Fertigkeiten, die anwendbar sind. Mal sind es mehr und mal sind es weniger, aber mindestens 20 habe ich bei jeder Klasse mitbekommen. Des Weiteren dürfen wir während dem Early Access mit zusätzlichen Aszendenzklassen rechnen, mit weiteren Fertigkeiten, Edelsteinen, Unterstützungs-Edelsteinen und Endgame-Systemen. Apropos System. Die Systemanforderungen an eure Hardware als PC-Spieler, die seht ihr jetzt gerade im Hintergrund, damit ihr einen Ausblick darauf habt, was ihr für eine Hardware haben müsst, um Path of Exile 2 spielen zu können. Und alles in allem, was man hier sehen kann, ist, dass die Anforderungen, die Mindestanforderungen, doch sehr positiv ausfallen. Und last but not least erwähnen wir noch, dass die Early Access Charaktere auch nach dem Release noch spielbar bleiben werden. Es wird sozusagen einen Early Access Realm geben, wo die ganzen Early Access Charaktere bestehen bleiben, sozusagen als Erinnerung. Und wenn man möchte, kann man diesen Charakter einfach dort weiterspielen, solange man gerne möchte. Und damit sind wir am Ende der großen ersten Übersicht zum Early Access von Path of Exile 2 und welche Features es mitbringt. Habe ich ein Feature vergessen? Mit Sicherheit postet es gerne unten in die Kommentare und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, was euch am meisten an Path of Exile 2 gefällt. Über ein Abo von euch und ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!